Harry sagt guten Tag, heute am 25. August 2019. Wir haben jetzt 10.45 Uhr, wir haben leichten Wind, wir haben Wellen, kleine Wellen und wir haben Sonne gerade noch in Maspalomas gehabt und jetzt auf dem Weg hierher, sehen Sie selbst, und in Las Palmas schaut es ganz drüber aus, auch die Berge Diesig, es ist viel Staub in der Luft. Die Temperaturen sollen heute wieder über 30 Grad ansteigen, jetzt im Moment sind es etwa 28. So und mit diesen Bildern verabschieden wir uns dann auch wieder für heute und sagen bis morgen Asta maniano. Bis zum nächsten Mal.